Was müssen wir uns überlegen? Nicht den Wald hier abfackeln, ne? Der versteckt unsere Rakete. Aber der hier unten kann weg. Oh, das Feuer sieht richtig cool aus jetzt. Alter, wie weit geht denn der? Das ist neu. Ich meine, das breitet sich aus. Ey, aber so weit... Oder auch nicht. Doch, da! Da ist er auf einen anderen Baum übergegangen. Guck mal, wie weit der auf einmal geht. Hier, es geht auf die anderen Bäume über. Kann man da durchlaufen? Ja. Ja, aber man kriegt Schaden. Alter, der Flammenwerfer ist voll stark, ey. Lass mal ein Nest suchen gehen. Hm. Man konnte damit noch nie so weit schießen. Aber eins. Sofort da. Ich komme sofort. Äh, wo muss man denn jetzt drauf drücken, um das letztendlich zu erforschen? Ach da. So, dann machen wir den Schaden erstmal gleich höher. Komm in meine Richtung, ich rette dich. So, fackelt das jetzt alles da ab, oder wie? Alter, guck mal, wie stark der ist gegen Nestle. Du musst ja nur einmal kurz anfackeln. Mal eben im Vorbeigehen. Was ist jetzt noch übrig? Zwei Würmer waren noch übrig. Cool. Alter, der Flammenwerfer ist jetzt auf einmal super stark. Aber dafür habe ich jetzt nur noch eine Kapsel an Treibstoff. Wie viel hast du verbraucht? 19. Äh, ja, also mit den da hinten. Ich hatte 19 Stück drin. 19? Ja. Ja, das ist ja nichts. Komm mir, und das ist noch ein Nest. Alles klar. Ey, damit können wir vielleicht auch mal endlich uns um die ganz großen Nester kümmern. Ja, ich bin gleich da. Ich brauche ein bisschen länger. Oh, das ist aber nicht. Ich geh hier einfach durch weiter wie Rambo. Kein Problem. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich sammle mal den ganzen Alien Schleim ein. Ja, irgendwie ist das jetzt einfacher geworden. Wollen wir gleich. Achso, du hast gar keinen Flammenwerfer mehr übrig, ne? Ja, nur noch. Nee, eigentlich so. Ich müsste nachholen. Was willst du machen? Wald anzünden oder was? Was? Oh. Oh. Guck mal, ob es sich ausbreitet. Guck, die Bäume brennen. Oh, der nächste Baum brennt. Cool. 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 Aber ich... Fackel das Nest ab. Kann ich nicht. Warum? Die können wir gar nicht, ey. Kann es sein, dass das alles schwächer geworden ist? Kann sein, dass es vielleicht zurückgestellt wurde. An sich wurden die ja mal... Boah. Ähm. Ich meine, guck mal, ich lauf hier einfach durch. Wohin mit dem Spielverlauf? Ist mir voll egal. Ich hab zwar auch fünf Schilder, aber trotzdem. Die können uns gar nichts mehr. Die wurden ja eigentlich mit dem Spielverlauf stärker. Jaja. Kann halt sein, dass die jetzt... Ach, dass das zurückgesetzt wurde? Vielleicht, weiß ich nicht. Sollten wir das eigentlich ausnutzen und die ganzen... Es ist ja hier mal platt machen, oder? Ne, bin ich nicht sicher, ob wir das da ran sollen. Alter, da würde ich mit dem Flammenwerfer hingehen, oder? Ja, oder? Halt da mal schön mit dem Flammenwerfer rein, ey. Mach mal. Oh, oh. Nicht zu nah ran. Ich dachte, du willst den Flammenwerfer ausprobieren. Ich hab keine... Ich hab keinen Treibstoff mehr. Achso, gar nichts mehr. Nein. Dann den Rangbock Modus aktivieren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das war ganz, ganz knapp. Guck mal, knapp, doch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, so durchtanken kann ich dann wohl auch doch nicht. Oh, ich hab noch Zerstörerkapseln. Ach ja, scheiße, das war dumm, über Vermeerung zu werfen, ist ja blöd. Oh. Okay, du nest hast mich, oh, da ist noch ein ganz großes Nest, hallo. Was hast denn du da für ein Ding, was ist denn das? Das ist diese Zerstörerkapsel. Fuckel da jetzt mal alles ab. Ich hab noch keinen Treibstoff holen, ich bin noch dabei Leben zu regenerieren, aber ich lauf hin. Dann lass uns mal Treibstoff holen. Oh man, der Wald ist ganz schön dicht, wir sollten ihn abfuckeln. Wo haben wir eigentlich angezündet, wo war das? Lass ich gar nicht mehr. Huiii, macht das Spaß. Also ich war grad wirklich fast tot. Okay. Ne, bei mir war fast mein Schild runter. Ich hab nicht... Da waren echt ganz schön viele Würmer dann doch. Du warst sechs, hast du gesagt, ne? Fünf. Fünf Schilde meinst du jetzt, ne? Hey, ich bin so langsam. Wir haben einen Satelliten. Jetzt schon? Ne, hä? Doch nicht. Warum? War der gerade hell? So, was braucht man denn nochmal für einen Flammenwerfer? Egal was man braucht, ich habe es schon. Ah doch, der wurde ab... Ne, wurde er nicht. Verstehe ich nicht. Dann kann man nicht ohne Rakete weggeschossen werden einfach. Aber wir haben nur 38 davon. Flammenwerfer. Wartest du gerade immer noch auf mich? Ich warte auf dich, aber da waren keine Kapsel mehr drin. Also 38, die habe ich schon weggenommen. Achso. Ich dachte, das wäre viel mehr da. Ne, du hast das begrenzt zu 50. Ne, ich habe das schon wieder entgrenzt, aber... Was fehlt denn da jetzt? Äh, hier Öl. Die Öl, Schmieröl, also Leichtöl und Schweröl. Das kommt dann bei einer Produktion wahrscheinlich automatisch. Dauert dann halt nur ein bisschen. Soll ich dir die Hälfte abgeben oder so? Nö, 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 nö. Mach du mal ein... Fackel du mal ein bisschen rum. Ist klar. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Schrotmonition mit. Ja, davon haben wir noch einiges. Geh schon mal vor, ich bin ja eh langsamer als du. Zug, mach keinen Blödsäfschel. Alter, seit wann geht denn der Flammenwerfer so weit, ey? Es wurde geändert, vorher haben die Bäume auch nicht gebrannt. Mhm. Ich krieg dich. Ja, ich seh da was im Rückspiegel. Lass mal hier langlaufen. Roger, roger. Irgendwie vergeht der Tag schneller, oder? Ja, weil wir auch mehr Spaß haben. Wir arbeiten ja auch nicht. Wir fackeln nur ab und zerstören und töten. Wieso die Kackviecher das auch verdient haben, ne? Ach, die können nix. Ja, lenk du mal das ganze Gesocks da ab. Nuss, lenk die mal auf dich. Hä, der hat null Schaden gemacht bei mir. Ja, das waren ja auch die Schwachen. Ja, das wurde bestimmt... Mal gucken, ob sie noch stärker werden. Oder es wurde halt, ähm, angepasst, ne? Genervt die Gegner quasi. Na los. Leck sie auf dich. Ja, so kann man sich... Wirklich das geschafft. Ja, mit den Kappseln, die hast du ja weiter vorhin gerufen. Woahhhh! So, und jetzt verbrennt das da alles. Nach und nach einfach. Sieht ein bisschen so aus, ja. Aber kostet auch ganz schön, ne? Ähm, 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 ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest! ich bin tot. fuck! mich dann ernst. so schnell? da haben wir wieder zu viel mit dem feuer gespielt und jetzt habe ich endgültig dass ich noch mal alles zu neu sammeln darf. die haben mich eingekestet, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. das geht? man sollte nicht stehen bleiben wenn sie von allen seiten kommen. scheiße. so wie machen wir das jetzt noch mal, dass wir uns das alles lassen? haben wir das schon produziert? bitte? war grad zu laut. ich habe hier nur so einen normalen kampfanzug. können wir uns jetzt noch so einen fetten kampfanzug mal machen? du musst mal da auf der linken seite in die eine kiste gucken was da so drin ist. nur ein bisschen wenig alien zeugs. scheiße davon hatte ich schon so viel. blaue chips sind genug da, stahl ist genug da. alien zeugs nicht und grüne chips nicht. also das dauert alles noch. läuft das automatisch weiter noch? an sich sollte es weiter ich weiß nicht ob wir es inzwischen abgeklemmt haben. eigentlich sollte ja noch einer hergestellt werden in diesen in die kiste. oder zumindest so genug für zwei anzüge, dass sie dann ruckzuck gefertigt werden können. scheiße da war ich schon wieder ein bisschen übermütig vielleicht? aber guckt der cry felton gar nicht mehr? ne er kann ja nicht. der kann nichtmals auf youtube 240p videos gucken. oh nein. war da jetzt noch ein anzug drinnen? ne ne? so ein alter. ja das wird nicht klappen weil die blauen chips fehlen. werden die denn automatisch irgendwo hergestellt? ja aber zu wenig. guckst du? die blauen prozessoren meinst du? ja genau. kann nicht genug schwefelsäure. ach das ärgert mich jetzt dann doch ein bisschen. scheiße. oh nein. oh nein. oh nein. ja ich bin dafür dass wir nochmal eine extra schwefelsäure produktion aufmachen sollten. aber an sich sind ja unsere öl tanks hier. unsere lagertanks. oh gott was ist das denn? kabelverbindung? nicht verbunden. ne die sind leer. wir brauchen mehr öl. ja aber die sind wirklich leer. hm hm irgendwo so eine gewünsene große quelle komm mal da links. der große. nur das vier stück. scheiße wir haben ja noch gar nicht alles angeklemmt. wie macht man das denn jetzt? Was brauche ich denn nochmal für so ein Ding? Ich weiß ja gar nicht, wovon du redest. Stahl, Zahnräder, grüne Chips und Rohre. Stahlträger. Ich habe gerade gesehen, dass da oben, habe ich mal irgendwo, ähm, Dings hier angepumpt, Öl, aber, da war noch ein freies Ölfeld, also was ich noch nicht angepumpt hatte, das ist ja eigentlich nütz dann. Also warum nicht? Getting on track. Oh, ich hasse diese Zügel, ne? Nice, wir haben es geschafft. Nee, der Festbrennstoff, da war Kohle drin. Warum darf er jetzt nicht rein? Das gibt keinen Sinn. Was bedeuten denn in dem Stream die ganzen Sachen, dass die Roten mit der 2 heißt, dass gerade zwei Leute zuschauen, das sind wahrscheinlich du und ich, ne? Weiß ich nicht, aber Cryfalken schuckt gerade wieder mit zu. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hast, aber unter dem Nachrichtenfenster ist so ein Menüpunkt und da ist die Zuschauerliste. Und da kannst du sehen, dass du zuschaust, dass Cryfalken zuschaut und dass ich zuschaue. Wo ist die Zuschauerliste? Unter dem Nachrichtenfenster. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, bei mir ist da ein Zahnrad und so ein Listensymbol. Ja. Und da ist die Zuschauerliste. Da ist die Zuschauerliste. Haferlot, Zuschauer, Cryfalken und ich. Und Cryfalken, schön, dass du zusiehst. Ja, freut mich, dass du es wieder geschafft hast. Es geht, ich sehe den Stream, yay. Er freut sich. Ah, Cryfalken, das Beste hast du schon verpasst. Da ist...